Hallo Leute, da sind wir wieder bei einem lang angekündigten Video für das Demi-Turnier 2, was ich schon mal angesprochen habe, beziehungsweise Demi-Bita-Turnier. Mit dabei der Charly, Kamala-Bita, der das mit organisiert. Und ja, ich habe das eigentlich für Ende Januar angekündigt, aber es ist jetzt doch ein kleines bisschen später, aber naja, egal. Wie auch immer, das ist jetzt nicht für Level 100, also nicht mehr Broken, sondern für Level 50 bis 80. Und es findet in zwei Wochen statt, also am 26.02. Um 17 Uhr ist dann der Treffpunkt am Turm des Lebens, Fähre Nordbert. Und die Anmeldung erfolgt bis zum 20.02. Einfach in die Kommentare schreiben dann, bei ihm oder bei mir. Ja, ihr könnt euch einfach ganz easy, wie beim letzten Turnier, über die Kommentare anmelden. Und jetzt zu den Regeln. Das ist jetzt etwas, also was die Abweiser angeht oder Anti angeht, ist es jetzt etwas entspannender für euch. Nämlich drei Abweiser. Drei Schulen Abweiser oder drei Abweiser überhaupt? Drei Schulen Abweiser. Das heißt, wenn ihr jetzt gegen ein Feuer kämpft, könnt ihr auch Lebensabweiser spam. Und fünf Set-Shielder. Aber was sich verändert hat, ist die Resi, die ist jetzt um 10% weniger, also 55% maximal. Also maximale Set-Resi 55%, weil man hier ja keinen Durchschlag hat. Es sei denn, ihr spielt auf die Art, dann ist das was anderes. Und vier Jujus, falls ihr im Besitz von Juju seid. Dann, die Preise sind jetzt auch etwas höher. Soll ich die sagen oder willst du? Ja, okay, kannst du so. Okay, dann für den Platz 1 gibt's 15 Sets nach Wahl. Also, kleine Sets, jetzt nicht so 2500 Kronen. Und zwei Elucidate Goldkarten. Für den Platz 2 gibt's 10 Sets nach Wahl und eine Elucidate. Für Platz 3 gibt's 5 Sets und 3 Energie-Elixiere. Also, bedenkt, das sind epische Sets, also keine Futter-Packs oder so. Deswegen so Packs maximal im Wert von 400 Kronen. Ja, das war's erstmal zu den Regeln. Ich glaub, hast du noch irgendwas zu ergänzen? Nein, das Turnier wird dann in meinem Haus stattfinden. Genau. Und wir werden, also Sven wird sicherlich nicht mitmachen. Ich glaub, ich werd auch nicht mitmachen, weil es ist ja ein bisschen langweilig, wenn man selber mitmacht. Und, ja, von mir aus wär's das. Ja, okay, denkt dran, vor dem Turm des Lebens wäre Nordbert an dem gesagten Treffpunkt. Auch an der gesagten Uhrzeit, 17 Uhr. Und, ja, das war's aus dem Video. Bis dann. Ciao. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020